Dual-Band DMR von Vitomile, Baugleich zum Retevis RT82. Definitiv nichts für Lein, kein Auspacken und geht, sondern eher etwas für den richtigen Amateurfunker. Und dem sollten die technischen Details schon etwas sagen. Daher gehe ich hier nur auf die Äußerlichkeiten ein, die man in den Online-Shops sonst nicht immer ganz zu sehen oder zu fühlen bekommt. Die Anleitung ist sehr umfangreich in Englisch. Ein kurzes deutsches und französisches Kapitel ist dabei, aber mit viel weniger Details. Und da die Erklärung der IP-Schutzklasse nicht ins Buch gepasst hat, ist noch dieser Zettel dabei. Noch mit dabei ist ein Netzteil für die Ladeschale, Gürtelclip mit zwei Schrauben, Headset USB-Programmierkabel Antenne Lithium-Ionen-Akku Und die Ladeschale In der Übersicht sieht das dann so aus. Keine CD und auch kein Download-Link für die Software. Ich habe aber noch nicht versucht, die Retevis-Software zu nehmen. Wer es hat, kann mir hier mal einen Kommentar schreiben. Das das ganze IP-67 ist, zeigt sich im gesamten Aufbau. Massiver Guss an einigen Stellen, alles gummiert und abgedichtet. Sowie überall große Kontaktflächen. Der Akku wird unten verriegelt und natürlich wird das ganze dann sicher in der Schale geladen. Jedoch auch nur in der Schale. Es besteht keine Möglichkeit unterwegs nachzuladen. Die Kontakte für das Zubehör liegen hinter einer verschraubten Blende. Ein Anschalter mit Poti für die Lautstärke. Hoch- und Runtertasten fürs Menü, Sprachtaste, alles sehr griffig. Aber dann eine Überraschung. Ein Rollball zum Navigieren. Sehr leichtläufig. Und definitiv nichts für Handschuhe oder kalte, nasse Hände. Und zum Bestätigen muss man diesen drücken. Selbst drinnen verrutscht mir damit teilweise die Eingabe. Aber man kommt auch mit den anderen Tasten durchs Menü. Oben noch eine Multicolor-LED für die Zustände. Diese Version ist übrigens mit GNSS. Der Gürtelclip kommt mit zwei kleinen Schrauben. Und auch nach ein paar Minuten habe ich es nicht geschafft, die anzuschrauben. Da muss man Gefühl und Geduld haben, die ich meistens bei neuem nicht aufbringen kann. Was für ein Fummelkram, aber final hält es dann. Die Schnittstelle für das Zubehör ist hier versteckt. Es ist zwar eine Rendelschraube, aber recht festgezogen. Entgegen den Vorgängermodellen und anderen Herstellern nicht mehr mit Klinkensteckern. Das hat seine Vor- und Nachteile. So verlässt man den Konsumerbereich hin zu etwas Robustem. Aber dadurch steigt auch der Preis, da es weniger Anbieter gibt. Die Gegensteckerseite, sowohl am USB-Datenkabel als auch am Headset, sind auch mit der Rendelschraube versehen. Und so dann fest an das Gerät angeschlossen. Alles in allem ist das Gerät sehr robust. Der Akku hält locker einen Tag, hat aber auch eine schleichende Ruheentladung, auch wenn das Gerät richtig aus ist. Mit der richtigen Software sollen sich die Code-Plug-Files der Vorgängermodellen übrigens auch übernehmen lassen. Das Gerät ist das Gerät. 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 Bis zum nächsten Mal.